K-Kann wir zu Fischi? Huiiii Fischi hier ist Elektronik? Okay Nach unten, also wieder ins botanische Labor oder was? Wir werden jetzt überfallen, pass auf Oh, das ist kleiner Hmm, but if that equals x minus 1, what about But that would change the square of Um, Psy? Oh, oh yeah, hey I've got this box of computer stuff for you Oh, uh, thanks, Harold Just put it on the table Sure you don't need me to stick my screwdriver in anything? Hmm, what? No, no, I think it's fine I was just, remember when Anyway, what are you working on? Well, this place isn't exactly my usual setup I need to expand the filter station control system with these parts Then I can run the tests I need And access the thrusters Drat, this is going to be tricky Different gents of server tech The old Fedora firewall is blocking me out So that the connections might not talk properly to each other Oh no, that'd be lonely Yeah Yeah I reckon you could go ask Rafi if they can help open a few ports and maybe disable the firewall Not a moment to lose Sure What should I tell them? Just that I need their system protocol expertise Appeal to their vanity Can do Back soon Ich dachte, es war eine Sie Ist aber ein Er Okay Entschuldigung Warte mal, ist dem Klo noch jemand? Wartet immer noch Wer könnte das sein? Ich habe ja keinen Plan Oh, durch da Wir Gucken kurz zur Hauptstadt Und wir schauen Ob was Neues freigeschaltet ist Du hast gekommen Du hast gekommen Bitte exit Die Tube In einer ordentlichen Wir hoffen, dass du mit uns wieder reisen mögen Dankeschön Für Travelling Mit Deutsche Bahn So Okay, da ist nichts Neues freigeschaltet Wobei wir jetzt vielleicht zum Sozialsektor können Ein fantastischer Tag Kann ich jetzt endlich wieder würfeln hier Und gewinnen machen Ah, wir müssen ja mit denen nochmal reden Und auch nicht Reisenly Not recently It's a real hoot Wenn jemand Das win The excitement As they go away To look through the access forum To correlate Their winning ticket To the reward Is palpable Okay I'll be going Thanks Mr. 17 Wobei es ne Originalunterschrift Von der Chefin gibt Da ist alles okay Der ist zu Warren 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 Water Wiener's Fame No less What's the gourmet scene Around the ship like At the moment Good question Cherry Bofflesop Is the real authority Of course But I would say Things are looking Pretty Innovative Even old school Hangouts Like Charlie's Silly chili Grinny Is modernizing Trying out new Flavor profiles And offering Some lighter options Let me know If you ever need Any more recommendations I've been around The whole ship Like a cake Frosty So I know What's what When it comes to food Okay Okay Brauchen wir aber nicht Da ist Rafi Rafi What is it now Cyrus needs help With some Pretty important research So I came to ask Is there any chance You could help Disable a firewall For him It's stopping him From accessing The systems he needs For the research Could you be Any less Specific Uh no But Of course I know what you mean Anyway Oh How did I mean Great So you'll help Afraid not Any system Cyrus is struggling To access Is old That stuff Isn't my responsibility Anymore I know But It'd be a huge favor Plus Messing with that Might have knock-on effects Might even mess With my cabinets here Oh I see Well Um Any tips For doing it ourselves Have you tried Turning it on And off again Oh I'll suggest it Thanks anyway Rafi Okay Wir gehen mal wieder auf Forschungstour Okay Er tanzt immer noch Keepin myself in shape Tidying the store Helping Felix with his homework You know Not much That Sounds like much What that That's an easy day pal I'm basically on holiday When it's just that much Strange holiday But I'm glad you're feeling relaxed So come on What's on your mind It's I was just thinking about those presentations It all seemed a bit odd And not very reassuring Do you know what I mean I think so Oh yeah Anyway I'll tell you one thing Slippy might have confidence to spare But if I know Bridget She'll have a thing or two to say About the energy output needed For such a big freeze Either way It's worrisome Enough for a drink I think What are you having? Yeah I know what you mean Here to join me? Uh Tempting Thanks But I'd better be going Oh Drink would have answered In your reason Where's its sewer? Oh 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 Fish A majestic soul But what secret motivations Do their movements reveal? Major? Ahem Yes Harold What is it? Just passing through And thought I'd ask What you thought You know About the relaunch presentation Yes Well You know I don't go in for that kind of thing No Of course Oh What kind of thing? Conjecture It's all a lot of hot air But Don't you think we need to relaunch? Perhaps But we must retain order in the meantime Getting too excitable Isn't going to help anyone I suppose Anyway I have observations to make Okay Major See ya Habt ihr nicht viel Danke So Wir gehen mal jetzt in Sozialsektor Destination determined Now relax With all water Ich muss die Stelle unbedingt mal aufnehmen Im direkten Vergleich Muss ich wirklich mal machen Ich bleib dabei Das ist der Sankarin Tango In einer leicht Anderen Variation Dezentrale Netzwerke Krass Was lernen die denn da? Ja Es spielt immer noch. Ich warte auf den Song. Wie beim letzten Mal. Der Aaron hat noch nicht nachgeguckt. Ich glaube die ersten acht bis zwölf Takte sind nahezu identisch. Und jetzt. Ab hier ist Schluss. Nochmal. Also ich bleib dabei. Ich habe es ja hier schon rausgepickt. Achtung. Warte mal. Es ist natürlich kein Tango. Wissen wir alle selber. Aber es ist die Melodie. Felsenfest. Die ist glaube ich, warte mal, die ist glaube ich, ich hoffe, die ist glaube ich hier auch besser zu hören. Achtung. Wenn gleich so die Hauptmelodie kommt. Das ist jetzt bloß Begleitung. Eindeutig. Eindeutig. Das ist halt bloß kein typischer Tango. So. So. Ähm. Sozialsektor, Warnwehr, Energiesektor. Dann gehen wir mal kurz gucken. Das ist ja sowieso glaube ich. Vielleicht sollten wir mit dem Captain sprechen. Da läuft das Gespräch gerade ab. Oh, hey, Slippy. Ha ha ha, what is it that you want, old chum? Is now a bad time? No, like Marcus Aurelius said, treat whatever happens as wholly natural. Not novel or hard to deal with, but familiar and easily handled. Oh, interesting. So, did you need something? Not really, I just wanted to say well done on the presentation. Yes, well, that's to be expected, I suppose. But like Aristotle said, it is well to be up before daybreak, for such habits contribute to health, wealth, and wisdom. Nice. Kind of hard to imagine what daybreak must look like. Yes, well, I think the saying is more about, you know, having time to work. Oh, yes, I suppose so. So, if that's all? Yep. Bye, Slippy. Oh, schade. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Ah, Harold. Hi. Oh, hello, you two. Rowe here was just telling me all about the plan. I mean, our plan. Nicht Slippi's plan. Du magst nicht das plan? Er hat großartige Präsentation-Skills. Ich gebe ihm das. Ja, aber ich glaube, es hat so viele Chance für Arbeit als ich habe, wie ich Felix habe zu essen. Hast du versucht zu disguisen sie? Das ist nicht eine gute Idee. Anyway, du, Moro und unsere actuale Plan haben meine vollen Unterstützung. Du kannst auf mich. Okay, great. Ich bin sicher, zwischen uns die drei, wir haben keine Probleme. Du charmer. Okay, wir haben drüber gesprochen. Was muss ich eigentlich machen? Ach so, wir müssen wieder hoch in den Laden. Wir nutzen die Gelegenheit und laufen trotzdem mal hier übers Gelände. Und wir müssen auf die Schuhe und die Hosen aufpassen. Tschüss, Professorin. So, dazu gehen wir zur Hauptstation. Und wir müssen auf die andere Seite, ne? Die wartet doch wirklich cool. Ich glaube, das ist hier bloß ein riesiges soziales Experiment, oder? Hä? We can just follow him on the other hand. Jo, we can just move on the other hand. Okay, das ist gut. Die stepfinde, die wir jetzt reisen. Und dann kommen wir unbegrenzt. Die stepfinde, die da ist doch. Die stepfinde, die das ist doch nicht klar. Dann schauen wir mal José, der D 편 assistir. ! Oh, oh, Bacillus. Genau, was sie sagt. Vor allem ist es ja unten mehr Druck, ne? Ja, man. Ist der Code, den wir bekommen haben, der hier auch funktioniert? Das wär's ja. Das ist der gleiche Typ. Das ist der gleiche Typ. Das ist der gleiche Typ. Bad luck. No dice. Don't bother us again. Äh, hello? What's the password? One, two, three, four. Bad luck. Nope. Mist. Probier's leider mal. Äh. What's the password? Mmh. Let me in? Bad luck. Mist. Weiter nochmal. What's the password? Zorte chatten wir schon. Please? Bad luck. Äh. What's the password? Super secret. Bad luck. Okay, keins davon. Gut. Wir haben's probiert. Oh, was ist hier los? Hey, folks. Regret to say, I won't be able to make the rounds at the moment. Sorry. And thank you for your continued trust in the Popo Postal Service. Buddy. So, ein bisschen traurig. Da kann man nicht mehr durch. Ah. Gut, ähm. Dann schauen wir mal da. Irgendwann geht eines auf den Keks mit dem All Water, oder? Ich meine, es ist beabsichtigt, weil es aber trotzdem... Ich glaube, wir bewegen uns gerade auf. Jetzt, genau. Wir waren an der falschen Stelle zum Drücken. Das hat die Engine nicht mitgemacht. Okay, der Käpt'n ist es nicht. Zoya, hey. Ah, hallo da. Zoya, your father was the previous Captain, right? He was. He did tell me some stories when I was growing up. But after the crash, I guess he didn't want to put too many ideas into my head. So, what were some of those stories? There's one I always remember. My dad told me about how he had to navigate through an asteroid belt that the sensors hadn't picked up for some reason. He told me how crazy it felt to be so responsible for so many lives. And he felt every little impact was like a punch to his heart. And then, he ended the story by saying it was the most fun he'd ever had. I'm curious, what's a typical day in the life of a captain at large? Hmm. No two days are ever quite the same, of course. I start by doing a bit of yoga and visualizing what success for the day looks like. Then I feed Coco and usually she has a few things to tell me. Then I come to my station, do the routine checks and after lunch, I get back to my research on piloting and starship theory. And, uh, 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 as you know, uh, occasionally I swing by the arcade to, um, you know, keep my motor reflexes in good shape. I am nicht steuert. So, what do all these controls actually control? Which one? How about this red one? Um, that's the, uh, oh yes, uh, it's the anti-torque pedal deployer. And this one? I think, uh, probably, uh, there's something to do with the collision detection. What about this fancy looking one? Oh, that one is for the washing machine. Bye for now, Captain at large. Okay, er hat keinen Plan. Also, wir werden alle sterben, wenn der, wenn der hier Dinge tut. Du, 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 du. So, ich glaube, hier hinten ist nichts weiter. Dann bringen wir das Ganze jetzt zu Psy. Ich glaube, da werden wir nicht weiterkommen. Wir müssen ja immer nochmal ein bisschen nachgucken. Ja, nicht, dass wir während der Reise, ne, bestohlen worden sind. Wir sind jetzt einfach ein paarpunkte, kein questions pandemic24, um nicht neu paru'd prosperous. Destination ist also conclude. Enjoy the view. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. Bird! Ich weiß schon, wohin. Ich weiß schon, wohin. Okay, wenn du so sagst. Sie sehen, dass sie hier wieder nicht lösen wird. Wir hätten uns den ganzen Weg sparen können, weil wir jetzt wieder hin müssen. Ich weiß schon, wohin. Okay. Das habe ich vorher auch schon gemacht. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Oh, nee, oder? Oh.